Wir sehen Gesundheit als das höchste persönliche Gut. Das motiviert uns in unserer täglichen Mission, Anwender und Wissenschaftler aus Medizin und Life Sciences mit fortschrittlichen und nachhaltigen Produkten und Lösungen zu versorgen. Expertise. Unsere Experten stehen Ihnen mit mehr als 50 Jahren Erfahrung zur Seite. Von der Entwicklung von Produkten bis hin zu individuellen Trainings. Mehr als 80 Prozent unserer Vertriebs- und Anwendungsspezialisten haben einen naturwissenschaftlichen Hintergrund und praktische Erfahrung im Labor. Wir stehen Ihnen gerne für Beratung bei Ihnen vor Ort zur Verfügung. Dort, wo Ihre Anforderungen entstehen. Setzen Sie auf unsere Expertise für die rasche Integration unserer Produkte in Ihre Prozesse, denn wir kennen und verstehen Ihre Arbeitsabläufe. Gerne begleiten wir Sie in jedem Schritt Ihres individuellen Workflows. So beispielsweise mit Produktschulung, Support-Dokumentation und Service. We use over 50 years experience in laboratories and healthcare sectors and our passion for innovation to meet your requirements and grow with you. Wir sprechen Ihre Sprache.